Hallo, wir sind hier heute im Komforthotel in Berlin-Lichtenberg, da ich hier in Berlin einen Termin hatte und noch nicht weiß wann, letztendlich hatte ich mir hier ein Zimmer gebucht. Gebucht hatte ich eigentlich ein reguläres Standardzimmer, die übrigens Anfang 2018 erst alle modernisiert wurden. Da das Hotel komplett ausgebucht ist, habe ich ein etwas größeres Zimmer bekommen. Wenn wir reinkommen, rechts sieht man gleich ein Sofa, Tisch dazu und größere Anzeige Gläser und noch einen Stuhl. Dann das eigentliche Zimmer, wirklich richtig groß, kann man echt nicht meckern. Auch entsprechend schön gestaltet. Großes Bett, Schreibtisch, Fernseher, Ablage, vorne gleich an der Tür ist noch Kleider, Garderobe. Ja, und wie gesagt etwas größer, ich habe hier noch ein Schlafzimmer mit ca. drei Betten. Also, man hat mir aber durchaus bestätigt, ich bleibe alleine. Auch hier ein riesiges Zimmer, das entsprechend stylisch eingerichtet ist. Ist, sieht wirklich alles sehr schick aus. Ja, und dann noch hier natürlich Toilette mit einer großen Dusche. Auch hier noch eine Kleider, Garderobe. Was auch positiv auffällt, neben den Betten sind Steckdosen zur Verfügung. Auch an den Schreibtischen in beiden Zimmern ist jeweils eine Steckdose zur Verfügung. Also ausreichend Steckdosen hat man hier. Da braucht man sich auch keine Gedanken machen. Das WLAN ist kostenlos, gibt es ein Passwort dafür. Strassmann-Haltestelle der Linie M17 ist drei Minuten Fußweg von hier entfernt. Die heißt Glanzberger Allee Rienstraße. Ansonsten kann man nicht meckern. Auch wirklich vom Design her, wirklich schick geworden. Und würde sagen, vom Preis her geht das auch voll okay. Komfort-Hotel Lichtenberg in der Linienstraße. Ja, soweit von mir dazu.